Volleyball, Nations League, Nations League, deutsche Volleyballerinnen unterliegen China Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League beim Heimauftakt in Stuttgart mit 2 zu 3 gegen Olympiasieger China verloren. Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League beim Heimauftakt in Stuttgart verloren. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag Olympiasieger China 2.3, 25.20, 27.25, 17.25, 23.25, 8.15 Uhr. Die Schmetterlinge, die verletzungsbedingt ohne ihre Leistungsträgerin Luisa Lippmann antreten mussten, verspielten dabei eine 2 zu 0 Satzführung. Nach der Niederlage steht die Auswahl des deutschen Volleyballverbandes, DVV, bei 13 absolvierten Partien weiter auf dem 11. Tabellenrang und hat keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Finalrunde. Die weiteren Partien in Stuttgart bestreiten die DVV-Frauen Mittwoch gegen die Türkei und Donnerstag gegen Vize-Europameister Niederlande. In der Nations League spielen 16 Mannschaften im Modus jeder gegen jeden. Insgesamt bestreitet Deutschland 5 Vierer-Turniere. Neben Gastgeber China qualifizieren sich die besten 5 Teams für das Finale in Nanjing, 27. Juni bis 1. Juli. Sit.